Das ist Linus. Wir sind erst seit einer Woche zusammen. Aber ich bin schon seit sieben Monaten unsterblich in ihn verliebt. Ob seine Gefühle genauso stark sind wie meine? Ich fühle ihn mal auf den Zahn. Linus, jetzt mal im Ernst. Weißt du, was Liebe ist? Aha. Er hält die Frage für rhetorisch. Er glaubt, die Antwort sei einfach. Darf ich einen Namen? Ja. Haben Sie den Vater denn überhaupt nicht gelebt? Doch. Ganz los. Wer trägt eigentlich die Schuld, an dem das geschah? Höchststander der Nachbarseluntergebe. Der Erverstehung der Erwerbe. Der Erwerbe. Viere. Der Erwerbe. Der Erwerbe. Bis zum nächsten Mal.